Sebastian Apotheke Nettetal – Ihre Gesundheit im Mittelpunkt. Haben Sie Fragen zu Schmerzen oder 50 plus? Unsere Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Sie. Wir beraten Sie individuell und professionell. Von jung bis alt, von klein bis groß. Die Sebastian Apotheke Nettetal ist Ihr Drei-Generationen-Gesundheitsportal. Sebastian Apotheke Nettetal – qualifizierte Fachkräfte freuen sich auf Sie. Besuchen Sie uns! Untertitelung des ZDF, 2020